Ja Hallöchen zusammen! Ich möchte euch in dem Video zeigen, wie ihr Snom-Nom bekommen und zu Motineva entwickeln könnt. Hier seht ihr die Habitate, in denen es überall vorkommen kann. Und ja, ich bin jetzt hier im Eisgebiet. Und da sind immer wieder einige rum, vor allem am Rand ist mir vorgekommen. Ja, entwickeln können wir es mit einem Level Up in der Nacht, wenn die Freundschaft hoch genug ist. Die Freundschaft erhöhen könnt ihr, indem das Pokémon im Team ist und ihr damit kämpft. Wenn ihr es aus dem Ball rauslässt oder im Camp mit ihm spielt. Außerdem könnt ihr ihm noch das Item Sanftglocke geben, das ihr in Messalona City bei dem Shop hier kaufen könnt. Beim Tragen erhöht sich die Freundschaft dann um 50% schneller. Und in Garofosa City auf dem Hauptplatz ist eine Frau mit einem Meryl. Und die gibt einem einen Hinweis darauf, wie gut die Freundschaft zu einem Pokémon ist. Für die Entwicklung reicht diese Freundschaftsstufe aus. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris, Athen. Auf Wiedersehen.